Sie benötigen ein maßgeschneidertes Konzept für Ihren Transport? Soll Ihre Ware schnell und möglichst zuverlässig zugestellt werden und eine nachvollziehbare Transparenz im Sendungsverlauf erhalten? Dann ist die HINZEN Logistik Ihr kompetenter Ansprechpartner. Unser Unternehmen liegt im Industriegewerbepark Weisweiler, direkt an der Autobahn A4, nahe dem Dreiländereck Deutschland, Belgien und Niederlande. Unser Fuhrpark ist europaweit erfolgreich im Einsatz. Außerdem engagieren wir uns im Bereich grüne Logistik. Umweltbewusstsein liegt uns am Herzen. Das alteingesessene Speditionsunternehmen HINZEN Logistik gibt es schon seit 1802. Schon damals stand der Name als Begriff für seriösen Transport. Aus dieser langen Erfahrung heraus schöpft das Unternehmen die Ideen und das Engagement optimal auf seine Kunden einzugehen. Ob Stückgut, Teil- oder Komplettladungen – wir befördern Ihre Ware zuverlässig und sicher quer durch Europa zum Empfänger. Die Zusammenarbeit mit über 250 Netzwerkdepots punktet vor allem durch eine lückenlose Sendungsverfolgung. Dazu bedienen wir uns im standardisierten Barcode-System. Ein Kerngeschäft der HINZEN Logistik ist der Stückgutverkehr. Wir setzen Prioritäten mit einer termingerechten Zustellung. Unser Motto – freundlich und kompetent. Täglich holen wir mit unserem eigenen Fuhrpark Ihre Stück- und Expressgüter ab. Und wenn's mal brennt, hilft unsere Expressbereitschaft. Wir bringen Ihre Ware schnellstmöglich und persönlich zum Empfänger. HINZEN Logistik ist Initiator und Mitgesellschafter der VTL – Vernetzte Transportlogistik. VTL ist ein Zusammenschluss von über 120 mittelständischen zuverlässigen Speditionsunternehmen mit einer europaweiten Anbindung. Alle Arbeitsbereiche sind nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Die Firma ist zugelassener Wirtschaftsbeteiligter AEO. In der täglichen Arbeit steht die Disposition im Mittelpunkt. Hier werden die Touren so koordiniert, dass die Lieferungen kostengünstig, ökologisch sinnvoll und termingerecht an Ort und Stelle eintreffen. HINZEN Logistik, Janine Breuer, guten Tag. Mithilfe unseres modernen Tracking-Commanders halten wir den gesamten Transportweg im Auge. Hier kann man die Standorte der einzelnen LKW jederzeit erkennen und abrufen. Wir sorgen auch dafür, dass sich die Mitarbeiter in unserem Betrieb wohlfühlen. Das kommt wiederum unseren Kunden zugute. Denn wir wissen, nur zufriedene und hochmotivierte Mitarbeiter bringen die besten Leistungen. Egal ob Ihre Sendungen sechs Meter lang sind oder einen ganzen LKW in Anspruch nehmen, wir haben immer die richtige Fahrzeuggröße für Sie. Unsere LKW-Einheiten sind rund um die Uhr verfügbar. Unsere Fahrzeuge sind so ausgelegt, dass die Disponenten uns Tag und Nacht orten können. Dabei gewährt das Fahrzeugequipment immer eine Zustellung über die schnellste Route. Sicherheit geht vor. In der firmeneigenen Werkstatt werden die Fahrzeuge regelmäßig einer Wartung unterzogen. Unser Fuhrpark ist also immer auf dem neuesten Stand der Technik. Nur so wird eine termingerichte Zustellung und Abholung gewährleistet. Auf einer Fläche von über 2400 Quadratmetern findet der tägliche Güterumschlag statt. Die Lagerlogistik und Kommissionierung führen wir in erweiterten Bauabschnitten durch. Hier wird die Ware mit modernster Scannertechnik einem festen Stellplatz zugeordnet, eingelagert, verwahrt und auf ihren Wunsch wieder ausgelagert. Langfristige Einlagerungen übernehmen wir selbstverständlich auch. Eben alles aus einer Hand. Logistik und IT sind heute nicht mehr zu trennen. Mit unserem innovativen Dienstleister IT-Ressort bieten wir Ihnen logistische Lösungen mit neuster Technologie. Kompetent, schnell und kundenorientiert. Sie nennen uns Ihre Anforderungen. Wir planen, beraten und entwickeln für Sie ein maßgeschneidertes Paket. Sie suchen einen langfristigen Logistikdienstleister Ihres Vertrauens? Dann sind Sie bei uns in besten Händen. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg.